So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. eine weitere Max Out Monday Folge. Diesmal sieht es ein bisschen anders aus, denn ich habe aufgerufen, euch, ihr sollt Kommentare schreiben. Welche Pokémon soll ich denn mal maxen oder was würde euch interessieren, was ist euer Lieblings Pokémon? Deswegen habe ich jetzt hier drüben mal mein YouTube eingeblendet, da ist das Video vom letzten Mal. Ja, Elezart, Brogolos, Magnetone und so weiter. Und das sind jetzt Kommentare vom Ältesten zum Neuesten. Da werden wir jetzt reingehen, weil ich aber heute auch ein 100% Regirock maxen möchte. Das zählt sozusagen wie drei Pokémon. Werde ich also am Ende das 100% Level 50 Regirock machen und drei normale, die ich mir jetzt aus euren Kommentaren raussuche, was schon passt und was nicht. Ansonsten, wenn kein Legendäres dabei ist, versuche ich da immer auf sechs Pokémon zu gehen. Wir schauen also jetzt erstmal hier rein. Der Benjamin Engel hat nämlich vorgeschlagen, zum Beispiel Sandama, ein Sandama auf Level 50. Drücken wir mal hier an. Sandan, Sandama. Haben wir hier eins da mit 100%. Können wir auch machen. Wir haben 424. Wir pushen das also auf 2684 WP auf Level 50. Erster Vorschlag hat auf jeden Fall geklappt. Wir haben hier Metallklaue, Dampfwalze. Metallklaue würde ich wahrscheinlich direkt erstmal wegmachen. Dann hast wir erstmal Lehmschuss, Dampfwalze, obwohl das vielleicht auch noch bessere Sachen kann. Dann, Fabi hat geschrieben, Machomai bitte, Fabi. Machomai kann ich dir leider nicht mehr anbieten, weil Machomai habe ich schon etliche auf 50. Hier, das ist zum Beispiel auf Level 50. Das ist auf Level 50. Das ist auf Level 50. Das auch. Das auch. Auch auf Best Buddy. Hier ein Krypto auf 50. Ein zweites Krypto auf 50. Machomai geht also nicht mehr. Ich fände ein 50er Mautzy oder Snobili Cat cool. Snobili Cat. Ich finde, Mautzy sieht auf jeden Fall cooler aus. Aber wir müssen auf die Entwicklung gehen. Snobili Cat. Können wir das machen? 291. Da müssen wir noch was umwandeln. Dass wir das dann so haben. Also 5 brauchen wir. So, 296. Wir können jetzt auch... Ist das ein 100er? Ist ein 100er? Hier, 100% machen. 100% Snobili Cat. 1910. Das ist jetzt eigentlich nichts. Kann Finde und Schmarotzer. Beides Typ undicht, obwohl es ein Normal-Pokémon ist. Aber egal. Lassen wir auch so. Konneure. Konneure. 100% Shiny irgendwie. 100% Shiny. Da geht man mal einen schillernd. Und dann 4 Sterne. Schauen mal, ob wir da was haben. Wir haben das hier. Das ist auf jeden Fall auf Level 50 schon. Wir haben das Giratina. Das ist auch auf Level 50 schon. Wir haben hier dieses Bruder Landa. Das ist auch auf Level 50 schon. Wir haben das. Das können wir aber nicht maxen. Das hat nur 87 Bonbons. Wir haben das. Das ist auch auf Level 50 schon. Wir haben das Snubbull. Das möchte ich aber eigentlich nicht entwickeln. Das könnten wir aber maxen. Taubsee. Könnten wir maxen. Carvador. Könnten wir maxen. Theoretisch. Ich glaube, das würde ich mir aber nochmal einspeichern. Der Konneure hat jetzt die Möglichkeit, unter dieses Video einen Kommentar zu schreiben, weil man so einen Tipp abgeben. Also Taubsee, Carvador und Snubbull wären möglich. Welches davon würde ihn am meisten interessieren? Dann würde ich das in der nächsten Folge maxen. Lavita ist als nächstes hier angezeigt von Iris Graf. Lavita. Also ich möchte ja immer die Weileentwicklung. Also wir würden auf Despoda gehen. Despoda ist ja auch. Das ist gemaxed. Das hier ist auch gemaxed. Das ist ein 100% Krypto. Das können wir also auch so liegen lassen. Wenn du genug Bonbons dafür hast, wäre ich für Caradonis, sagt die Schenaya. Glaube ich jetzt nicht. Wir gucken aber mal nach. Ah, Caradon. Oh, doch. Das würde auch gehen. Dann maxen wir ein. Caradonis auf 3152. 100%. Dass der doch so hoch kommt, überrascht mich eigentlich. Ist also hier drin. Schenaya. Dann hat man den Roba, der hat was vorgestellt. Der Eye Scorpions. Der hat gefragt nach dem Pion Draghi. Da können wir auch mal ganz kurz gucken. Pion Draghi. Wäre auch möglich gewesen. Iutesto oder Caradonis steht beim Lukas hier. Haben wir ja jetzt einen Caradonis gemacht. Hast du ein gemaxedes. Quaiutsu. Shiny Pandir wäre cool. Rayquaza wäre gut. Ist auch gemaxed. Hier steht Abra. Mogelbaum auf 50. Ist genial. Ich fände Abok cool. Gossi sagt hier Shiny Punita auf 50. Josip sagt hier Dialga. Kannst du doch mal einen Dialga auf 50 machen. Da haben wir natürlich auch hier. Das ist auch schon auf 50. Also das ist auf 50. Und das ist auch auf 50. Also Dialga da. Und FC Mary nochmal Like und Kommentar dagelassen. Wir können leider diese Folge nur 3 Stück machen. Also es sind bestimmt noch viele Sachen möglich. Ich möchte mich auf die ersten 3 hier konzentrieren. Und beim nächsten Mal sind es bestimmt wieder 6 Stück. Also Benjamin Engel hat geklappt. Lostlift hat geklappt. Und die Genaya hat geklappt. Seid jetzt nicht traurig. Wenn es euer Vorschlag jetzt nicht war. Ihr könnt ja gerne hier unter dieses Video auch wieder Vorschläge machen. Und wenn ihr jetzt eure noch nicht hattet. Also jemand der schreibt Dialga. Schreibt bitte nicht nochmal Dialga drunter. Wenn ich gerade gezeigt habe. Das ist auf 50. Aber was jetzt nicht dran kam. Wie Björn Draghi. Schreibt es ruhig nochmal drunter. Wir müssen immer weiter gehen. Und irgendwann müssen wir eh alles machen. Und irgendwann sind wir mit allen durch. Jetzt möchte ich aber bitte noch das Regirock. Denn das habe ich mir extra hier. Das habe ich ja aus einem Tausch bekommen. Regirock mit 22,30. Auch schon als Buddy. Als Best Buddy. Mit dieser Best Buddy Badge. Also mit dieser Schleife dran. Glücks Pokémon können wir nochmal zeigen. Dass das hier 100% sind. Jetzt sind es gerade 0%. Das sieht auch gut aus. Jetzt sind es 100%. Und jetzt werden wir auch das powerupen. Es hat genau 296. Wird gemaxed. Auf Level 50. Und wegen diesem Klotz. Sind jetzt drei andere nicht dran gekommen. Aber bitte lasst euch nicht entmutigen. Schreibt weiter Kommentare drunter. Was euch interessieren würde. Dann schauen wir nächste Woche Montag. Ob wir da mehr machen können. Bis dahin ist wahrscheinlich nichts da. Was ich dann maxen kann. Außer ich kriege jetzt auf einmal ein 100er Registil. Dann würde ich in der Zeit wo das da ist. Versuchen das. Maxen zu können. Das wäre es mir dann auch wert. Aber ich werde jetzt Registil nicht so komplett ausrasten. Das habe ich ja schon gehabt. Bevor das jetzt zurückkam. Deswegen war das ein Ziel. 100%. Regirock auf Level 50. Das ist also das Highlight für mich heute. Ihr schreibt natürlich rein. Was ihr euch noch wünscht. Schreibt gerne nochmal. Oder die die jetzt daneben gegriffen haben. Schreibt was anderes rein. Shiny Pandir zum Beispiel. Glaube ich auch nicht. Dass das funktioniert. Weil ich glaube ich bestimmt keine Pandir XL Baumoms habe. Weil ich seitdem Pandir da war. Ne seitdem es XL Baumoms gibt. Eigentlich kaum Pandir gemacht habe. Das ist 49. 49. Das ist nichts. Man könnte es auf Level 40. Könnte man eins ziehen. Aber wir wollen ja wirklich Sachen auf 50 machen. Und nicht auf 40. Mogelbaum mal 50 klingt auch gut. Da weiß ich aber nicht ob es reicht. Das guckt mal danach. Wenn es soweit ist. Wenn die Vorschläge berücksichtigt werden. Jetzt also die ersten drei. Schreibt es drunter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und vor allem welches Pokémon habt ihr zuletzt gemaxed. Könnt ihr auch mal sagen. Bloß mir einen Vorschlag geben. Ciao. Bis dahin. Joer Ramses. Untertitelung des ZDF, 2020